Fönix nachgefragt mit Christoph von Marschall. Er ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, Annalena Baerbock, die Außenministerin, bemüht sich um Deeskalation. Wie viel kann sie in Israel erreichen? Oder konnte sie erreichen? Ich glaube, man muss ganz nüchtern sagen, der Einfluss Deutschlands ist da nicht sonderlich groß. Und der israelische Premierminister Netanyahu hat das ja auch klar gemacht. Die Entscheidungen fallen in Israel. Und da lässt man sich von außen nicht reinreden. Das ist jetzt kein Grund, nicht dort hinzufahren und es nicht trotzdem zu versuchen. Aber das Ausmaß des Einflusses von Frau Baerbock darauf ist begrenzt. Deutschland stand ja in den letzten Wochen zunehmend in der Kritik, weil es eben eine so starke Solidarität mit Israel gibt, beziehungsweise weil die Haltung oder das Vorgehen Israels im Gazastreifen zu wenig kritisiert wurde aus Sicht mancher Länder. Hat denn diese starke Solidarität? Kann die dazu beitragen, jetzt etwas mehr Einfluss zu nehmen? Oder ist das in diesem Falle egal? Ja, egal ist jetzt vielleicht ein zu hartes Wort. Wenn man sich vorher solidarisch gezeigt hat, hat man vielleicht eher Gelegenheit, Gehör zu finden, als die, die sich immer auf die palästinensische und arabische Seite gestellt haben. Das sind ja sehr viele Mitglieder der Europäischen Union. Aber es reicht eben nicht dafür aus, damit man wirklich signifikanten Einfluss hat. Aber einfach mal um die Relation herzustellen, auch die USA werden Israel oder in diesem Fall Premier Netanyahu nicht davon abhalten, wenn er nochmal einen Gegenschlag führen wird, wird er das machen. Und wenn der amerikanische Einfluss nicht ausreicht, dann reicht der deutsche schon gar nicht aus. Und der europäische ist einfach deshalb nicht vorhanden, weil die Europäische Union gespalten ist. Wir haben halt einen Teil von Mitgliedern, die wie Deutschland, Tschechien, einige andere eher auf der israelischen Seite stehen. Und wir haben eine etwas größere Zahl von Mitgliedern, die im Zweifel eher auf der palästinensischen Seite stehen. Eine gespaltene EU hat keinen Einfluss. Schauen wir nochmal auf die Rolle von Annalena Baerbock. Wie wird sie international wahrgenommen und wie wird sie im Inland wahrgenommen? Was ist Ihre Einschätzung? Ja, es gibt diese beiden sozusagen Zuhörerschaften. Und ich würde mal denken, im Inland zeigt sie vor allem mit diesen Bildern und ihrer Bereitschaft, immer wieder hinzufahren und zu reisen, zeigt sie sozusagen Energie und ihren Bemühen, Einfluss zu nehmen. Und da machen wir uns nichts vor. Wir sind schon im heraufziehenden Bundestagswahlkampf für das kommende Jahr in solchen Fragen. In der Europäischen Union, ich komme gerade aus Brüssel zurück, ich war da jetzt mehrere Tage, der deutsche Einfluss wird schon so gesehen, dass wir uns bemühen, dass wir als stärkste Nation, als stärkste Wirtschaftsmacht in der Europäischen Union Einfluss auf die Außenpolitik nehmen wollen, auch unserer internationalen Verantwortung gerecht werden. Aber die Grenzen sind eben auch klar, dass eben eine Europäische Union, die in solchen Fragen gespalten ist, da sehen wir den großen Unterschied zu Ukraine. In der Ukraine ist es ja anders, da ist die Europäische Union ja sehr, sehr einig, dass sie auf der Seite der Ukraine steht und nicht Russlands. Dann kann man darüber reden. In den Beiträgen, die vor unserem Gespräch hier gezeigt wurden, war ja auch klar, dass dennoch nicht genügend Abwehrwaffen geliefert werden. Aber da haben wir eine geschlossene Position der Europäischen Union. Und da spielt sie eine Rolle und da spielt Deutschland auch eine Rolle, soweit es eben Führung übernimmt, wie bei dem Versuch der Ukraine, mehr Luftabwehr zur Verfügung zu stellen. Die wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit der Ukraine ist ja auch viel größer als die Israels von der EU. Spielen am Ende eben vor allem doch auch militärische und wirtschaftliche Interessen eine Rolle, wenn man darauf blickt, wer kann Einfluss nehmen? Oder wie groß ist doch dann eine Rolle auch von Solidarität, historischen Gemeinsamkeiten und so weiter? Ich finde, hier ist ein gewisser Widerspruch sehr, sehr klar erkennbar. Seit einem knappen halben Jahr, seit dem Hamas-Angriff auf Israel, beschäftigt sich die deutsche Öffentlichkeit, die Medien, die Politik erkennbar mehr mit dem Konflikt im Nahen Osten als mit dem in der Ukraine. Das kann man psychologisch verstehen. Das ist das Erschrecken, dass es zu einem weiteren Konflikt kommt. Und der neue Konflikt ist auf den ersten Blick immer interessanter. Aber wenn wir einfach mal die Sache anders betrachten, wenn wir uns mal versuchen, in die Zukunft zu bewegen und wir gucken in drei oder fünf Jahren zurück auf diese beiden Konflikte, dann können wir eigentlich schon heute sehen, welcher großen Einfluss auf Europa und unsere Sicherheit haben wird und welcher weniger. Natürlich wird der Ausgang und die Entwicklung des Ukraine-Kriegs wesentlich mehr Einfluss haben auf die Frage, wie es Deutschland geht, wie es Europa geht, auf die Frage, ob es einen russischen Angriff auf die NATO-Ostgrenze in Litauen oder anderswo geben wird. Während dieser israelisch-palästinensische Konflikt, der ist tragisch, da sterben Menschen. Wir sollten hinschauen. Ich sage nicht, wir sollen wegschauen. Aber der wird nun wirklich keinen besonders großen Einfluss auf unser Leben hier haben. Wir haben dann ab und zu das Gespräch darüber, ob es eine Eskalationsgefahr gibt. Und auch da haben wir wieder einen Splitt in der öffentlichen Darstellung. Wenn man die Experten fragt, egal ob man nach Israel geht, ob man zu den Leuten geht, die den Iran gut kennen, ob man in Amerika nachfragt, niemand hat ein Interesse an der Ausweitung dieses Konflikts. Und trotzdem beschäftigt uns seit einem halben Jahr in den Medien die Frage, wie groß ist die Gefahr einer Ausweitung dieses Konflikts. Also beides. Die Ukraine ist wichtiger als der Israel und der Konflikt im Nahen Osten für Europa. Und wir sollten vielleicht nicht immer diese Gefahr einer Eskalation, die niemand ausschließen kann, aber wir sollten diese Gefahr nicht zu groß machen, weil alle Beteiligten erkennbar nicht nur sagen, sondern auch erkennbar so handeln, dass sie diese Eskalation nicht wollen. Aber wenn es 300 Geschosse auf Israel gibt, das ist aus dem Iran, das ist ja schon eine Eskalation. Oder sehen Sie das anders? Ja, das ist eine Eskalation, aber jetzt mal das andersrum. Der Iran hat das vorher angekündigt. Er hat völlig sicher gemacht, dass alle wissen, dass es diesen Angriff geben wird, wann er ungefähr erfolgen wird. Und deswegen hat der Iran zwar diesen Angriff gemacht, um seiner Bevölkerung zu zeigen, wir wehren uns, wenn unser Konsulat in Damaskus zerstört worden ist, mutmaßlich von Israel. Aber gleichzeitig haben sie Israel, Jordanien, den Amerikanern allen die Möglichkeit gegeben, diese Raketen abzufangen durch vorherige Informationen. Genauso ist es ja gewesen. Also es ist kein großer Schaden angerichtet worden, trotz eines Angriffs mit 300 Angriffswaffen. Das ist ja das Erstaunliche. Also das sind ungewöhnliche Vorgänge für unsere deutsche Art, mit Konflikten umzugehen. Und wir sind es eben nicht so kriegsgewohnt wie die Israelis. Aber wir sollten diese andere Seite eben auch sehen. Wir haben deutliche Signale. Auch der Iran will keine Ausweitung dieses Konflikts. Wir schauen jetzt noch von der Außenpolitik auf die Innenpolitik. Und zwar startet heute das Hauptverfahren gegen Björn Höcke. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Fällen die SA-Losung, alles für Deutschland, instrumentalisiert zu haben. Was bedeutet dieser Prozess für die AfD, gerade auch mit Blick auf die Europawahlen, die ja als nächstes anstehen, aber natürlich auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen im September? Meine grundsätzliche Einstellung ist, wir sollten nur über die AfD reden und auch nur auf Prozesse gegen die AfD oder ihre Führungsfiguren wie Herrn Höcke achten und darüber berichten, wenn die Aussicht besteht, dass die AfD da eingegrenzt wird. Alles Gerede, man müsste doch mal und da droht was und dann passiert nichts. Das ist nur kostenlose Propaganda für die AfD. Was jetzt den Fall Höcke betrifft, ja, das ist auch so eine gespaltene Angelegenheit. Die Formel für sich, alles für Deutschland, ich glaube, das findet niemand in Deutschland besonders problematisch, wenn man es nicht in den Kontext AfD, Drittes Reich, Nazis stellt. Also es ist eine Parode, die von der SA verwendet wurde und deshalb eigentlich unter die Formulierung fällt, die man nicht gebrauchen sollte. Aber ich meine, wenn die deutsche Fußballmannschaft von dem Spiel rausgeht, wir geben jetzt alles für Deutschland, da wird doch niemand sagen, das ist irgendwie ideologisch verfänglich. Und deswegen glaube ich, dass man es gerade an diesem Zitat aufhängt. Das wird bei vielen nicht so den Eindruck auslösen, dass Herr Höcke etwas Unsagbares gesagt habe. Natürlich macht er das direkt provokant, weil er weiß, dass er es eigentlich nicht sagen darf und weil man in seinem Fall, er auch weiß, den Kontext herstellen wird, zur SA, zum Dritten Reich, zu Rechtsextremismus. Ob das Gericht das auch so sehen wird, werden wir sehen. Wenn Herr Höcke deshalb nicht verurteilt wird heute, dann war es kostenlose Propaganda für die AfD. Und so ähnlich ist das mit Verbotsverfahren. Über die sollte man nicht so oft reden. Es sei denn, man will es wirklich tun und glaubt, dass man eine Chance hat, das vor Gericht zu erreichen. Deswegen bin ich dafür einen sehr nüchternen Umgang mit diesen ganzen Fragen. Und wir haben so ein ähnliches Phänomen in den USA. Da haben wir den Provokateur Trump, der alle möglichen Dinge sagt, die man nicht sagen sollte oder der gegen ihre Gerichtsauflagen verstößt. In dem ganz genauen Kalkül, wenn ihr mir nichts anhaben könnt, am Ende zeigt das nur wieder, ich habe mich gegen das System gewehrt und ich stehe stärker da als vorher. Also da sind Herr Höcke und Herr Trump in den Kalkulationen ihrer Öffentlichkeitsarbeit sich sehr, sehr ähnlich, auch wenn natürlich Meilen liegen zwischen den ideologischen Einstellungen von Herrn Höcke versus Herr Trump, der gar nicht so viel Ideologie hat. Das sagt Christoph von Marschall. Vielen Dank nach Berlin. Sehr gerne.